hallo und herzlich willkommen meine freunde hier zu einem neuen richtig geilen endring video ich liebe es ich hoffe auch heute geht es dieses mal um einen neuen talisman und um eine anrufung die wir hier bekommen und zwar es geht um den goldenen zopf talisman dieser erhöht die resistenz gegen heilig schaden bis zum äußersten richtig geiles teil und um die anrufung niedriger erdenbaum das ist eine geheime anrufung von königin marika und hier erschafft man einen kleinen erdenbaum der kontinuierlich die lp von nahen verbündeten wiederherstellt für einen supporter echt geil oder falls einmal so einen sammeln only run machen möchte kann man das mal gerne ausprobieren gut wo findet man es dafür müssen wir hier zum schatten bergfried hinter tor gelangen falls ihr nicht wisst wie man da hinkommt ich habe auch ein video gemacht über die jimmy quest die man hier findet falls ihr die noch nicht gemacht habt verlinke ich euch das hier oben rechts in die infobox da zeige ich euch auch wie ihr hier hinten bis zu den ruinen kommt soweit müssen wir aber gar nicht sondern wir müssen nur bis hier zu den schauendorf und zwar wir gehen von hier von dem ort der gnade bis zu dieser statue hier ist auch ein skado fragment dann müssen wir die anrufung mutter einmal ausführen wie gesagt falls ihr nicht wisst wie ihr das macht woher ihr das bekommt guckt euch einfach das guide wie diesen guide video an von mir zu der quest reihe von jimmy und dann gehen wir hier weiter auf entspannt dann kriegen wir so eine richtig geiles gebiet vor uns sieht mega nice aus finde ich hier gleich einmal aufpassen ich glaube von hier aus sieht man sie noch nicht aber hier kommen gleich zwei baumritter die einen so ein bisschen ärgern können da können wir mal getrost dran vorbei reiten juckt uns nicht so der eine den sie immer von hier der andere der kommt ist wie oh mein gott wo kommst du denn eher so dann einfach hier geradeaus die klippe hoch vor dem fahrt hier folgen auf entspannt so gehen wir weg hier du baumwächter kommen wir wollen dich nicht so hier vorne haben wir einmal die anrufung niedriger erden baum und das absolut geilere item was ich finde weil ich bin eigentlich kein supporter also ich heile sehr wenig hier bei dieser statue in diesem baum goldener zopf ein absolut genialer talisman und wenn man den gegen einen boss verwendet der heilige schaden drauf hat und dazu noch den perl drachen talisman plus drei einsetzt dann kann ja gar nichts mehr schief gehen judy wenn euch solche videos gefallen sollten dass auf jeden fall daumen da oben da kommentiert fleißig ihr könnt auch super gerne abo da lassen mich würde es mega supporten euch tut es nicht weh und dann würde ich sagen sehen uns im nächsten video haut rein und tschüss euer video